Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, dem Inkling BLP. Heute die Zielkonzentrator Natura. Ach der steht immer noch da unten. Der da oben ist dann. Den habe ich bekommen. Aber diese Map haben wir glaube ich in meinen Videos sehr häufig. Ach komm. Ich bin davon ausgegangen, dass er weiter rennt. Soll er das auch tun, weil sonst treffe ich ihn nicht. Oh ne. Wer nach rechts schaut, sollte auch nach links schauen können. Der da glaube ich wird direkt weg. Ja. Der der das spawnen sollte, wurde direkt weggeschossen von der Bombe die da lag. Der andere der mich getötet hat leider nicht. Komm, wo sind die denn? Ich kann mich nennen, da werden es zwei Leute sind. Oh ne, da ist auch noch einer. Oh ne, oh ne. Oh, danke. Dem schicke ich cool. Oh ne, wer ist denn das? Dann habe ich. Der wird sich ganz schön aufregen, weil ich den so oft bekommen habe. Oh ne, oh ne. Oh, ich glaube der hat mich noch gesehen. Ich dachte, okay als Sniper, den kriege ich sowieso nicht. Vor allem, weil er sowieso Tenititane hatte. Okay, bleib einfach mal stehen. Vielleicht hat er den Batzen da drin. Ich will mal sehen. Komm. Wo ist er denn? Der Feind. Was ist denn der da? Ach, der schwimmt da gar nicht mehr. Ne. Jetzt. Nein, komm. Du beschiss. Komm. Komm, diesmal. Der hat mich doch auch vorhin bekommen. Nimm. Ich muss ihm Rache geben. Weil ich vergessen habe, ob ich ihm schon mal... Ob ich ihm das schon mal vergolten habe. Ja, wo ist denn der? Da sind welche. Da willst du nicht hin? Oh, fuck. Da steht er. So viel zum Vergelten. Komm, die hole ich mir. Ah. Oder ein Teamkümmererat holen sie sich. Ja, wiederbekommen. Los, komm nochmal schnell nach vorne und dann... Bam. Bam. Ja. Ob das ein Sieg war, keine Ahnung. Die haben bei uns eingefärbt. Wie haben wir den eingefärbt? Doch, das sollte ein Sieg für uns sein, oder? Ja, Sieg. So, und weiter geht's. Schon wieder eine andere Map. Wir haben echt Glück mit der Map-Rotation. Oft ist es ja so, dass immer mal 50.000 Mal dieselbe Map kommt. Vor allem beim Muränen-Thyamin. Ach ja. Zu Weihnachten, wenn ich zu Weihnachten der PS4 komme, dann werde ich wahrscheinlich Star Wars bitte schon zwei auch in meinen Videos bringen. so. So. Boah, das ist ein dummer Ort. Man ist nicht entfernt von den Gegnern und überall kommen sie. Ich muss jetzt wissen, wo sind die? Ah, ne. Ein Zeppler. Allerdings sind die ich mit der 98er, glaube ich, ist das. Mein Lieblings-Entsepp, das ist die Orangene. Ich sollte mir vielleicht diesen Schild öfter werfen. Ja, jetzt habe ich mal ein Eck, da kann mich jeder direkt erwischen. Nein! Wie oft will ich denn noch daneben schießen, Mann? Oh, ein gegnerischer Sniper, den hole ich mir. Oder ein... Ein gegnerischer Zeppler, der ist mir vermasselt. Oh Gott. Ah, dann muss ich so einen Moment hinzittern, den kann ich mir sowieso nicht krallen. Oh. Was ist aber der? Den da hole ich mir. Und wer ist denn da auch schon wieder? Oh. Den da kann ich mir holen. Ja, und wenn so viele rumspringen, dann hole ich mir da. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Da ist der Sniper, den hole ich mir jetzt sogar. Nein, wieder nicht. Oh, ne. Und dann kommt einer von hinten. Ja, aber er geht nicht zu meinem Tiefenraden. Na gut, der wurde jetzt auch abgeschossen. So, jetzt sind wir wieder vorne. Komm schon, ich will dann nur mal den Sniper killen. Ah. Oh. Den habe ich aus Versehen gekillt. Aber nur gut, bei dem sieht es halt aus, als wäre es gekonnt. Also von dem her... Manchmal treffe ich wirklich einfach aus Versehen, wenn ich einfach mal da reinschieße, wo ich ihn zuletzt mal gesehen habe. Und der bleibt einfach da, wo er war. Warte, vielleicht sollte ich ein bisschen daneben zielen. Ach komm, wo ist er denn jetzt? Oh, ne, oh, ne, oh, ne. Da war er. Voll verloren. Und dann haben wir noch gut was für dich als Sniper einfärben. Es macht aber eigentlich sehr viel Spaß mit dieser Sniper. Zwar benutzt sich die andere immer noch lieber, weil die den Pferd noch einen Sprinkler hat, aber läuft der gerade. Also von den Kills und so her. Jetzt kommt aber, glaube ich, mal Rangkampf. Vorhin habe ich noch von den Morellentümen gesprochen. Da sind sie schon. Ich gehe mal gerne da runter, weil da ist witzig. Da schaut kein Sniper drauf. Oh, da oben ist aber auch einer. Was ist denn der für eine Sniper? Hey lol, die hat Reichweite. Ich dachte, das wäre diese... Ding-Sniper. Ah, nö. Ich habe nicht genügend Reichweite. Wie lächerlich. Und jetzt muss ich flüchten in meinem eigenen Stützpunkt. Na toll. Die Runde wird schnell zu Ende sein. Oh, da steht einer. Komm, jetzt hätte ich ihn auch gehört. Ich gehe mal von da oben. Ja, ich habe den Sniper gekillt. Dann ist ja alles gut. Jetzt wollte ich sie mir schon fast holen. Aber ich bin dafür da oben den Sniper. Äh, ich bin der Sniper dafür. Hä? Achso, der hat sich selbst umgebracht. Taktisch klug, aber so viele Fighter vorkommen, das ist auch nicht... Oh, ne, oh, ne. Da kann ich sofort zurücklaufen. Hey, ich war doch schon lange um die Ecke. Oder hat mich da ein anderer abgeschrieben? Ne? Das wird eine schnelle Runde. Auch für die Gegner. Ups. Oh, die steht sogar noch. Ja. Also komm. Jetzt sind wir schon wenigstens weg sein. Um irgendwann mal rauszukommen. Ich glaube, da ist einer hinter mir, der muss sich nicht beeilen. Ja gut, denn vor mir sind zwei, dann brauche ich mich nicht beeilen. Ey, mein ganzes Team ist platt. Platt. Ich bin ganz nirgendwo. Der ist ja schon wieder runtergefallen. Oh ne. Oh Mann. Komm, wie soll ich den noch sehen? Oh ne. Ach doch, die ist ja noch da unten zum Glück. Jetzt aber nicht da nach unten. Oh ne, wo ist denn der schon wieder? Komm, komm, komm. Zerstören erstmal, zerstören erstmal. Ja, er hat die Goldfischkanone und noch einen zweiten. Komm, den krieg ich. Den krieg ich nicht, den krieg ich. Den krieg ich einfach nicht. Und die Goldfischkanone ist an ihrem Platz. Na gut, ich glaube, das Ergebnis muss man sich gar nicht anschauen. Da geht sogar noch eine zweite. So, weil wir vorhin so schnell verloren haben, kommt jetzt noch eine zweite Runde. Und vorhin habe ich es eh schon erwähnt, die Muränen-Türme. Da ist die Map-Rotation meistens nicht so gut. Aber na gut. Och, der Sniper, glaube ich, weiß noch, dass ich das war. Oder? Ne, das ist ein anderer. Ey, warte mal, ist der Übermeiner? Jetzt schon? Wo ist der Sniper? Da hat die Sniper wie ich, glaube ich. Weil er auch ein Schild geworfen hat. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Da unten. Das kommt in dieser Runde. Das soll aber gewonnen gehen. Ich knüpfe mir erstmal den Sniper vor. Ich lese niemals. Schön auf. Aber nicht wegen meinem Können. Oder meinem Pech. Sondern wegen der Reichweite. Ach komm. Aber die haben Echelokator und wir haben auch Echelokator. Und der Sniper, den ich bekommen wollte, hat er nicht bekommen. Und der hat denselben wie ich. Oder dieselben. Da vorne liegt. Da vorne liegt. Und unser gesamtes Team wurde abgeschossen. Oh Mann. Und dann brauche ich meine Tinte. Und meine Tintin. Oh ne. Da kann ich gleich weggehen. Oh Mann. Jetzt hat mich der wiederbekommen. Ich wollte ihn doch bekommen. Komm jetzt nochmal. Schau ich mal nur auf den Sniper. Wo ist er denn? Ich sehe ihn noch nicht mal. Ach komm. Warum verschieße ich? Warum verschieße ich? Ja. 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 Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? So. Keine Ahnung mehr. Der kommt. Weil ich ihn nicht getroffen habe. Warum weiß der denn, dass ich da bin? Och nee. Und dann falle ich wieder ans Nichts. Unnötig. Aber stimmt, wir fühlen ja eh noch. Also ist es ja nicht so schlimm. Das ist weit geflogen. Ich glaube, ein erzielter Sniper auf mich kann das sein. Aber nicht im ... Keine Ahnung, vielleicht mal einen anderen Weg einschlagen. Ich glaube sowieso, dass ich gleich abgeschossen werde. Aber ... Aber ... Okay, okay ... Ja gut. immer diese aber na gut jetzt hatte ich die goldfisch kann und es ist kein punkt jetzt kriechen ja ich habe ihn abgeschossen das ist noch ein anderer oder dasselbe kannst du nicht sagen oh man ja ganz toll jetzt eins geschmissen ich komme nicht hoch weil ich dann ja komm ich muss jetzt machen weil sonst nicht auch hin hat man hätte ich nicht zur seite können ich glaube die tinte nicht gereicht die an der wand war kommen die behalten wir jetzt die behalten wir jetzt laufen wir zurück weil dann der gegnerische sniper hat es bestimmt nur öfter geübt mit sniper so das war es aber dann auch schon wieder mit dem part schönen tag noch lasst gerne ein like oder ein abo da wenn euch das video gefallen hat wir sehen uns beim nächsten mal wieder ciao leute okay okay Vielen Dank.